Herzlich willkommen zur Videobesprechung des Monats Mai 2019 von Alpmann-Schmidt. Diesmal geht es um eine aktuelle Leitsatzentscheidung des Zweiten Strafsenats des BGH zur Hehlerei und Geldwäsche, die in der Mai-Ausgabe der RÜ veröffentlicht ist. Zum Sachverhalt. T. hat sich darauf spezialisiert, Baugeräte zu entwenden. Er will diese möglichst gewinnbringend veräußern. T.s bekannter G. fährt als Fernfahrer regelmäßig auf den Balkan. T. schlägt vor, dass G. in Zukunft bei seinen Fahrten T.s Beute mitnehmen und an T.s Kunden liefern soll. Als Belohnung soll G. 20% vom Kaufpreis erhalten. G. weiß, dass T. seinen Lebensunterhalt im Wesentlichen durch nächtliche Beutezüge über Baustellen bestreitet. Allerdings ist G. in Geld sorgen und freut sich darauf, zukünftig durch die Transporte für T. einen erheblichen Zusatzverdienst zu haben. Am 12. August 2017 entwendet T. einen Hydraulikhammer im Wert von 2.000 Euro und bringt diesen zu G. Gemeinsam laden sie den Hammer auf die Ladefläche von G.s Lkw. Da die nächste Balkanfahrt erst am 17.08.2017 stattfinden soll und T. auch noch keinen geeigneten Abnehmer gesucht hat, erklärt G. sich bereit, den Hammer bis dahin im Lkw zu lagern. Am Abend des 12. August wird der Hydraulikhammer aber von der Polizei sichergestellt. Einige Monate später wird T. für das Entwenden des Hammers wegen gewerbsmäßig begangenen Diebstahls verurteilt. Zu prüfen ist die Strafbarkeit des G. nach dem StGB. Kommen wir zur Lösung. G. könnte sich wegen Geldwäsche im besonders schweren Fall strafbar gemacht haben, indem er den Hammer auf seinen Lkw lud. Die Geldwäsche gehört nicht in allen Bundesländern zum Pflichtstoff des ersten Staatsexamens. Dennoch sollte die Vorschrift zumindest in Grundzügen bekannt sein. § 261 will vor allem verhindern, dass der Täter Vorteile aus seiner Straftat wirtschaftlich nutzen kann. Im Tatbestand sind zwei Punkte wichtig. Erstens muss der Geldwäschegegenstand aus einer Katalogtat herrühren. Diese Taten sind in § 261 Absatz 1 Satz 2 abschließend aufgeführt. Zweitens muss der Täter durch eine der genannten Handlungen den Gegenstand z.B. verwerten, verbergen oder sonst in den Wirtschaftskreislauf einführen. Detailwissen ist hier nicht erforderlich. Der Hammer ist tauglicher Geldwäschegegenstand, weil T ihn durch einen gewerbsmäßig begangenen Diebstahl erlangt hat. Somit rührt er aus einer Katalogtat gemäß § 261 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4a her. Als Tathandlung kommt das Verwahren in Betracht. Dies bedeutet, einen geldwäschetauglichen Gegenstand in Gewahrsam zu nehmen oder zu halten, um ihn für einen dritten oder für die eigene spätere Verwendung zu erhalten. G. hat den Hammer auf seinen LKW geladen, um ihn bis zum Abtransport an den Abnehmer zu lagern und ihn somit verwahrt. G. handelte auch vorsätzlich. Insbesondere wusste er, dass T seinen Lebensunterhalt im Wesentlichen durch das Entwenden von Gegenständen von Baustellen verdient. Er nahm die Herdkunft des Hammers aus einem gewerbsmäßig begangenen Diebstahl zumindest billigend in Kauf. Er handelte auch rechtswidrig und schuldhaft. G. wollte zukünftig auf Dauer Beutestücke von T transportieren, um dadurch einen erheblichen Nebenverdienst zu erzielen. Damit hat er das Regelbeispiel des gewerbsmäßigen Handelns erfüllt. G. hat sich wegen Geldwäsche im besonders schweren Fall strafbar gemacht. Durch dieselbe Handlung könnte G. sich wegen Hehlerei gemäß § 259 Abs. 1 Variante 1 strafbar gemacht haben. Die Hehlerei ist ein Anschlussdelikt und schützt in erster Linie das Vermögen. Tatobjekt ist eine Sache, die ein anderer gestohlen oder durch eine andere gegen fremdes Vermögen gerichtete, rechtswidrige Tat erlangt hat. Tathandlungen sind das Sich-Verschaffen mit dem Unterfall des Ankaufens, das Verschaffen für einen Dritten, das Absetzen und die Absatzhilfe. Subjektiv ist neben Vorsatz Bereicherungsabsicht erforderlich. Der Hydraulikhammer ist taugliches Tatobjekt der Hehlerei. Er ist ein körperlicher Gegenstand, der von einem anderen, nämlich T, gestohlen worden ist. Fraglich ist, ob G. sich den Hammer durch das Verladen auf den Lkw verschafft hat. Dafür muss der Täter die Sache zur eigenen Verfügungsgewalt erlangen, und zwar in dem Sinn, dass er über diese als eigene oder zu eigenen Zwecken verfügen kann und dies auch will. Bei einer Mitverfügungsbefugnis von Vortäter und Erwerber ist der Tatbestand nur gegeben, wenn der Erwerber unabhängig vom Willen des Vortäters über die Sache verfügen kann. G. hatte den Hammer in T.'s Auftrag verladen und sollte ihn nur im Rahmen der Absprache transportieren. Trotz der faktischen Zugriffsmöglichkeit hatte er keine eigenständige Verfügungsgewalt. Somit hat G. sich den Hammer nicht verschafft und sich nicht nach § 259 Absatz 1 Variante 1 strafbar gemacht. Möglich ist aber eine Hehlerei in Form der Absatzhilfe nach § 259 Absatz 1 Variante 4. Der Hammer ist weiterhin taugliches Tatobjekt. Schauen wir uns also die Absatzhilfe genauer an. Absatzhilfe ist eine weisungsabhängige Unterstützungshandlung, die im Interesse und im Einverständnis des Vortäters zur wirtschaftlichen Verwertung des Hehlereiobjekts geleistet wird. Bisher war streitig, ob für die Absatzhilfe ein Absatzerfolg erforderlich ist, also die Übertragung der Verfügungsgewalt auf den Erwerber, oder ob bereits ein Tätigwerden zur Absatzhilfe eine vollendete Hehlerei begründen kann. Die ältere Rechtsprechung verzichtete auf einen Absatzerfolg, während die Literatur fast einhellig schon lange sowohl beim Absetzen als auch bei der Absatzhilfe einen Absatzerfolg fordert. Der BGH hat 2013 entschieden, dass jedenfalls beim Absetzen ein Absatzerfolg erforderlich ist. Diese Entscheidung bezog sich aber nicht ausdrücklich auf die Absatzhilfe. Allerdings hat der BGH zwischenzeitlich für die Absatzhilfe bei der Steuerhehlerei gemäß § 374 Absatz 1 Abgabenordnung ebenfalls einen Absatzerfolg verlangt. Nun hat der BGH entschieden. Die Tatbestandsalternativen des Absatzes bzw. der Absatzhilfe sind nicht vollendet. Beide Tatbestandsmerkmale des § 259 setzen einen Absatzerfolg voraus. Dafür spricht. Schon der allgemeine Sprachgebrauch unterscheidet zwischen dem erfolgreichen Absetzen und bloßen Absatzbemühungen. Im Verkehr unter Kaufleuten, aus dem der Begriff stammt, würde niemand davon sprechen, dass ein Händler Waren abgesetzt hat, wenn er sich nur vergeblich um den Verkauf bemüht hat. Das Tatbestandsmerkmal der Absatzhilfe findet seine Berechtigung in dem Umstand, dass die Absatzhilfe als eine zur selbstständigen Tat aufgewertete Beihilfe zum Absatz verstanden wird und daher ebenso wie der Absatz selbst einen Absatzerfolg voraussetzen muss. Anderenfalls würde die Absatzhilfe in einem früheren Stadium der Tat vollendet werden können als der Absatz, was sinnwidrig wäre. Das Erfordernis des Absatzerfolges ist nun durch den BGH auch für die Absatzhilfe geklärt. Gute Klausurlösungen verweisen aber nicht lediglich auf die Rechtsprechung oder herrschende Meinung, sondern nennen dafür zumindest eine kurze Begründung. Da die Polizei den Hammer sichergestellt hat, fehlt eine Weitergabe an den Abnehmer. Ein Absatzerfolg ist nicht eingetreten und die Absatzhilfe nicht vollendet. G könnte sich aber wegen Versuchter gewerbsmäßiger Hehlerei strafbar gemacht haben. G hat den Tatentschluss zur Absatzhilfe gefasst, da er den Hammer im Auftrag und auf Rechnung des T zu einem Abnehmer bringen wollte. Er handelte auch mit der Absicht, sich zu bereichern, da es ihm darum ging, durch den Transport eine Verkaufsprovision zu verdienen. Da er zukünftig wesentliche Zusatzeinkünfte durch den Transport von Diebesbeute erzielen wollte, handelte er auch gewerbsmäßig gemäß § 260 Abs. 1 Nr. 1. Bei der Hehlerei ist das gewerbsmäßige Handeln eine echte Qualifikation, nicht nur ein Regelbeispiel und daher im Tatbestand zu prüfen. Fraglich ist, ob G gemäß § 22 unmittelbar zur Tat angesetzt hat. In der Literatur wird überwiegend vertreten, bei der Absatzhilfe sei die Unterstützungsleistung für sich nicht ohne weiteres geeignet, das unmittelbare Ansetzen zu begründen. Wegen der Struktur der Absatzhilfe als Beihilfe zum tatbestandslosen Absetzen des Vortäters orientiere sich der Versuch der Absatzhilfe quasi accessorisch zum tatbestandslosen Versuch der Haupttat. Daher müsse der Vortäter selbst eine Absatzhandlung vorgenommen bzw. zu dieser unmittelbar angesetzt haben. Es wäre widersprüchlich, wenn der Versuch der Absatzhilfe früher beginne, obwohl die Absatzhilfe als verselbstständigte Beihilfe eine leichtere Begehungsform sei. Nach dieser Auffassung kommt es also darauf an, ob T konkrete Bemühungen vorgenommen hat, den Hydraulikhammer zu verwerten. Dies war jedoch nicht der Fall. Durch das Laden auf den LKW für den erst einige Tage später geplanten Transport hat G. demnach nicht unmittelbar zur Absatzhilfe angesetzt. Für den BGH sind die Tathandlungen des Absetzens und der Absatzhilfe gleichwertige Begehungsformen. Danach ist für das unmittelbare Ansetzen des Handeln des Absatzhelfers selbst maßgeblich. Der BGH führt unter anderem aus. Ein unmittelbares Ansetzen ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn sich die Tathandlung in einen bereits festgelegten Absatzplan fördernd einfügt und aus Sicht des Vortäters den Beginn des Absatzvorgangs darstellt. G. setzte durch das Beladen seines LKW mit Diebesgut zum Zwecke des kurz bevorstehenden Transports nach Kroatien im August 2017 unmittelbar zur Tat an. Seine jeweils fördernde Tathandlung fügte sich in allen Fällen in einen bereits festgelegten Absatzplan ein und stellte aus seiner Sicht wie auch aus Sicht des jeweiligen Vortäters den Beginn des Absatzvorgangs dar. Der BGH legt den Versuchsbeginn hier zu weit nach vorne. Nach allgemeinen Grundsätzen beginnt der Versuch, wenn das Handeln des Täters nach seiner Vorstellung der Vollendung räumlich und zeitlich unmittelbar vorgelagert ist oder nach dem Tatplan im ungestörten Vorgang ohne wesentliche Zwischenakte in die Tatbestandsverwirklichung einmünden soll. Der BGH berücksichtigt nicht hinreichend, dass zwischen dem Beladen des LKW und der erst mehrere Tage späteren Fahrt zu einem hunderte von Kilometern entfernten Abnehmer noch ein so wesentlicher zeitlicher und räumlicher Abstand besteht, dass das Verladen noch keine Nähe zur vorgestellten Absatzhandlung begründet. Auch eine Perpetuierung der rechtswidrigen Besitzlage drohte im Zeitpunkt des Verladens noch nicht konkret. G. handelte auch rechtswidrig und schuldhaft und hat sich damit wegen versuchter gewerbsmäßiger Hehlerei strafbar gemacht. Konkurrenzen Es liegen zwei Gesetzesverletzungen vor, nämlich eine Geldwäsche und eine versuchte gewerbsmäßige Hehlerei, die G. durch dieselbe Handlung verwirklicht hat. Fraglich ist, wie das Konkurrenzverhältnis zu bestimmen ist. Nach einer Ansicht soll § 261 jedenfalls dann zurücktreten, wenn die versuchte Hehlerei hinsichtlich des bemakelten Gegenstandes dasselbe Ziel verfolgt. Da es darum ging, den Hammer zunächst auf dem Lkw zu lagern und so dann an den Abnehmer zu bringen, wird § 261 demnach verdrängt. Der BGH bejaht dagegen Tateinheit und verneint dabei schulmäßig die Voraussetzungen von Gesetzeskonkurrenz. Da beide Tatbestände sich beim Tatgegenstand und bei den Tathandlungen unterscheiden, besteht kein Spezialitätsverhältnis. Die versuchte Hehlerei ist auch nicht materiell subsidiär gegenüber der Geldwäsche, da beide Tatbestände unterschiedliche Rechtsgüter schützen. § 259 schützt das Vermögen, denn Hehlerei ist die Aufrechterhaltung des durch die Vortat geschaffenen rechtswidrigen Vermögenszustandes durch einverständliches Zusammenwirken mit dem Vortäter. Demgegenüber umfasst der Schutzbereich der Geldwäsche, jedenfalls im Rahmen des § 261 Absatz 2, sowohl das durch die Vortat verletzte Rechtsgut wie auch die Rechtspflege. Die versuchte Hehlerei wird auch nicht konsumiert, da ihr Unrechtsgehalt durch § 261 nicht erschöpfend erfasst wird. Zwar kann es aufgrund der tatbestandlichen Ausgestaltungen zur Überschneidung zwischen Hehlerei und Geldwäsche kommen. Angesichts der dargestellten unterschiedlichen tatbestandlichen Ausprägung ist jedoch keiner der beiden Tatbestände eine typische Erscheinungsform des anderen. Ergebnis G macht sich wegen Geldwäsche im besonders schweren Fall unversuchter gewerbsmäßiger Hehlerei in Tateinheit gemäß § 52 strafbar. Angesichts einer Häufung von Leitsatzentscheidungen zur Hehlerei in jüngerer Zeit ist zu erwarten, dass der Tatbestand künftig verstärkt im Examen geprüft werden wird, zumal § 259 leicht mit anderen Vermögensstraftaten kombiniert werden kann. Auch in der Juni-Ausgabe der RÜ wird wieder eine aktuelle BGH-Entscheidung zur Hehlerei veröffentlicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie bei Altmann-Schmidt eingeschaltet haben. Die Entscheidung finden Sie auch unten verlinkt.